Und geh mal den Motorradfahrer runter kloppen. Was? Nö. Der wohnt hier. Der wohnt jetzt hier. Es kommt mein Ghostcard einfach ausgegangen. Hat keine Lust mehr. Ghostcard. Nein. Das war's. So, jetzt können wir's mal probieren. Naja, Schwedstor, fällt keiner rein. Ist egal. Gibt ja nur Entrottel, da das glückt. Ja, richtig. Eric. Ne, das glückt er nicht, weil der spielt ja in dem Raum. Achso. Der weiß, dass das zu hoch ist. Aber was zum Hänger machen die denn da heute? Also, der Jens und der Eric. Ich hab's gesagt, überhaupt keine Ahnung. Also, der Jens darf nicht in den Puff. Hä? Der Jens darf ja in die hinten Puff. Nein, ach wohl. Warte mal. Da der Jens herkommt, ja? Muss das bedeuten, dass der Jens hier spezielle Äh, Etablissementsen kennt, ne? Wo auch er reinkommt. Mit Tünen und so. Ich wollt grad sagen, da ist bestimmt ein Bauernhof in der Nähe. Gauernsitzer. Weißt du, was helfen würde, anstatt das Mikro auszumachen? Das Fenster zu. Weil das Ausheufung grad eh nicht gestoppt hat. Weil das übelst widerlich klingt, weil ich das direkt vor dem Mikrofon mache. Achso. Was, das Fenster nicht zu war, ne? Ist ja los. Nimmst du dich nie? Wenn du Natur willst, google das gefälligst. Nee, ich hab keinen UHD-Fernseher. Boah, so ein 4K-Fernseher, hättest du aber auch gerne, ne? Was willst du damit doch nicht machen? Weiß nicht. Warte mal. Wir haben schon so einen Beitrag gesehen. Äh. Hab mir ein 4K-Fernseher gekauft. Das erste, was ich getestet hab, ist ein U-Port in 4K. Ja. Äh, wirklich jetzt? Boah, ich spiel wirklich als Silver. Hast du gesehen? Ich hab vom Bad gekillt. Boah. Ist ja un-Silver. Probier. Und Cocker Blue am Cheaten, oder was? Lass. Dann? Big Saw. Mit akkor. Aau. 05. 05. Ja, das ist gut. Ah, Dreck unter der Maus. Sämt. Hi Team. Hi guys. Oh, ihr müsst warten. Ich muss mal kurz mein Mauspad neu ausrichten. Das liegt scheiße. So, jetzt auch. Boah, Alter. Ich muss dir dann unbedingt mal einen Link schicken. Von Sysprofile. Da hat sich immer ein kleines Spielzeug-Computer zusammengebaut. Überstes Ding. Sind wir vor dem Band? Ja, ich weiß, der leute mich gerade. Treppen wir aber nicht. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben noch einer davor. Oder? Wie sieht Office aus? Scheiße, hinter mir! Da ist einer reingekommen! Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Endless direkt im Wind. Boah, rennst du auch runter? Boah, so ein Held. Wir haben's. Warum würdet ihr denn jetzt nicht erschießen? Wir haben's nicht gesehen. Ich bin still genug. Boah, Ico. Wir haben's. Nein, Mann. Force Bias. Ja, guter Job, Yellow. War hin, Gaff. алиh. Boah. ich will davon weg oder unsere türbe Ja, der ändert direkt vor der Oberntür. Das ist ja interessant. Guck mal, wie da steht. Ist das ein Polizeiauto? Nee, achso, hast du es gar nicht gesehen. Meinst du, den Gankner hat er uns verschaut oder was? Nee, da steht einer. Wirklich. Das ist doch gut. Ich freue mich, dass ich über zwei Kills. Ja, ne, weil sie ihn nicht gesehen haben. Lass mich doch damit. Also. Great job again, Yellow. Nice. Mal wieder vor's bei? Ja. Dann hat er eine MP7 gekauft. Äh, oder so. Die bei neuen. Und mit dem hinterher Läufer hab ich deine Waffe. What? Fuck. Sorry. You. Oh, läuft der mir voll in den Schuss rein, Alter. Wo denn? Wo ist denn der Wichser? Ach, scheiße. Und? Auf meiner Posey. Also auf dem Gratwasser? Hier, hier, erstes Fenster, erstes Fenster. Ja, ja, erstes Fenster. Nein, 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 nein. Da hinten. Ja, genau. Der steht dort. Wir streben hier nicht. Ja, nein. Du, essen. Du. Oh, 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 putzen wir nochmal. Einer unten, einer oben. Doch. Fällt nie um, ey. Obst. Zu weit runtergezieht. Und Gelb hat natürlich keine Kohle. Oh nice Nice Block Yellow Gott alter, können wir Gelb rausschmeißen? Das ist wesentlich besser, nie die großen Fenster zu nehmen, ne? Naja Ich habe mich gestern in der Runde übelst genervt Mit dem anderen Zug Wer hat einen Turm gekillt? Ich habe nur einen leften Ich habe nur einen leften Green geht Main Orange geht Operator Auf der Weg Connector Nein Gelb ist so ein Vollmonger Dann lässt er sich von meiner Flash flachen, ne? Weil er um die Ecke gerannt ist Wo ich die über den drüber geschmissen hab Oh Leute Ist voll geblendet Blockt mich Und wir werden Beta erschossen Wir standen direkt hintereinander Warte, ich kann Hör doch von weg, hör doch von weg Operator offen Warte, da steht Was? Was? Du Wichser, Alter Du hältst nicht ab Oh Was denn? Dach oder was? Nee, ich hab keine Ahnung wo Ich hab zwei erschossen Ob er kämen Ob er kämen Ob er nicht den, der dich erschossen hat Du darfst schon Waren wir Ach, warte Das sind bloß ein zwei Einer 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 Office Welche Seite? Fnatic Fnatic Das ist ein D-Ranker Hä? Meinst du? Oder nie, lol Er hat fünf Kills Na der hat ihn jetzt zehnmal gesehen, ne? Stand Catwalk Und hat ihn geschossen Na gut, du Dann bist du aber auch ein D-Ranker Nee, nee, der stand draußen Der hat ihn zehnmal im Forden geschossen Hm, was weiß Vielleicht hat er eh Einer blind gemacht oder so Waren? Weißt du schon, ne? Naja, das ist ne Irgendwann Irgendwann Warte Bitte auf dem Weg Naja Naja Naja, das machen wir keine Ahnung Also eins vor mir Boah Boah Ah, ich hab ihn nicht erwischt Oh, ey Alter, auf um, ey Irgendwie ein Tor oder eh so, oder? Ruf, ruf Ruf, ruf Wie lange du brauchst, bis du rüber guckst, Junge Ich hab das nie verstanden Ich hab ihn Töne Arzt Tein Gitt Wart Ich bin Warte! Dann noch von weg! Bravo! Wendeingang, tot! Ich habe keine Ahnung von wo! Gute! Hatsen für den Waffen! Entfernt! Hallo, Gott! Hatsen für den Waffen! 2 Sekunden wä? wo denn? Keine Ahnung, wo das ist oder shit Nährung denn? Trag Englisch 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 So und jetzt nachladen Wieder könnte gestern Gäste Kupen Pus Schöke Giffskart Aung Klebti Aung Sock, englisch. Ich sagte, er hat eine schöne Socke. Der Kunde vielleicht auf der Lampe? Nein. Immer wenn der Eingang gerade reingekrabbelt ist. Vent, Entry. Nice. Nice geißen. Ah, Redbox ist die. Zweiter. Oh, super. Ich sage dir, dass du sie wieder suchst. Ich mache nur Zweikel, ich sage. Ja, bisher aus Silber. Obere Tür. Oh, man. Oh, man. Ja, wie kann sie das nicht treffen? Los, outside. Ja, man war auch gerade eh noch. Oh, man hat ihn da schon gesaved. Dann weg ist einer Skull. Ich habe einen Skull. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Er ist nicht so super. Er ist echt so super. Er ist nicht so super. Ich habe ihn. Jetzt geht er sterben oder was? Nein. Er ist auf dem Dach. Er hat den Dach getroffen, mit dem Wichser. Er ist auf dem Dach. 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 Dach. Er ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. 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 Aber der war hinten auf dem Dach. Weil ich die Tür auf gemacht hab. Ich bin ja auch geschlossene Tür. Manchmal wär's gut wenn sie auf ist. Ah, die fressen, du Albo. Und? Nein, nein. Der ist hier auf dem Dach. Schaut auf, Serbien-Pussy. Ich kenne das, Mann. Aber ich höre den Mann hinter mir. Ich dachte, ich schmeiße nur eine Flasche. Bisschen besoffen. Siehst du eher durch die Wand? Hätten mich bald getroffen. Erstmal das Rätselspiel. Auf welches Fenster gucke ich gleich. Immer auf jeden Fall, fallen irgendwo direkt an den Turm. Und unsere Tür wahrscheinlich. Ja, ist einfach... Ah, nein. Terrorist-Wirr. Meld' mal den Koko, der trifft immer. Koko brauchen seine Steps, der Kerl hilft die. Und immer trifft der Uni. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg, Leute. Ich gehe weg. Für was? Das Decoy. Englisch und Shut Up Abo durch Abo durch Abo durch Abo durch Abo durch später beend die simpelwaffe Kommen, Kommen, let's go! Ha! Weh, ne! Viel zu weit oben grad Du Geist, Apodo! Wallhack, also stand's vor der Tür, du Eimer! Man dachte, wie du? Steht vor der offenen Tür! Wallhack! Undere Tür! Haben! Und da hast du irgendwo schon! Oh, drei, drei! Die Terroristen gewinnen! Ja, zumindest machst du keinen Jens, hast ja schon sieben Kills! Ey, joh! Zumindest machst du keinen Jens, hast ja schon sieben Kills! Ey, joh! Oh! No! Don't destroy the door! Oder mach sie kaputt! Und... ... 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 ein Kreuzwehe, immer um die Halle gerannt war er das? nein, das war ein das war er du musst die Runde bestimmt bleiben, wenn ich mich gewinnen böse ja achso äh, sie gehen, äh die andere Tür andere Tür auf toll, du witzig irgendeine Leute? das war okay ja ja da, ich dachte, ich kann mich da hin ja ich dachte, ich kann mich da hin Okay. Die will da haben. Wie ich mal nicht. Ich hab 10 Kills, alter. Ja. 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 Ich hab das Dach gesetzt. Ich hab überlegt. Ja. Da hab ich ein Dach gesetzt. Es ist Zeit, mein Bruder. Ach, verdammt. Ein Connector ist noch immer. Ich bin schwach. Ich habe 3 Stück. 1-2-3-Stick. 1-1-3-Stick. 2-1-3-Stick. 2-1-3-Stick. 3-2-1-4-Stick. Oh, schade. Oh, schade. Nah, we low. Oh, that's a kill goal. I have 14 kills, man. Ah yeah, it's klar, Kunde. MG1. In Smurf vielleicht, as well. Oh, ganz sicher wäre es mir gewöhnlich einer. Oh, man schwitzt. Nächstes Käse mehr auf der 1.000 Stunden. War ja gar nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 War ja gar nichts. Vielen Dank. Das war ich schlecht. Die Gegner waren gar nicht so gut. Weil sie sich alle pushen lassen haben. Ja das auch. Von diesem Coco Blue. Die Gegner waren gar nicht so gut. Die Gegner waren gar nicht so gut. Die Gegner waren gar nicht so gut. Das war es für die Gegner. Vielen Dank. 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 Ich guck mal ins Gegner-Team. Vielen Dank. Ich bin einfach mal in die Treffer. Da ist schon der erste rausgeflogen und zwar im Gegner-Team. Im Gegner-Team ist ja nicht mit Leben. Ich bin einfach. Ich bin einfach... 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 Nö, mit dem habe ich ja noch nie gespielt. Ein Turbo jetzt? Ich bin voll in der Ordnung. Lobo door outside. Ich bin voll in der Ordnung. Ein Rund. Ah, f*** dich, du weißt. Er kommt auf die Städte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Go in the flowers. On the left. Under the bridge. Under the bridge. Under the bridge man. To the left. Ja, stay here. Oh nein. Was ist der dritte? Oh nein. Hast du den gesehen? Nein. Oh nein. Flash, ich hab da. Yes. Oh mein Gott. Ah, nice fight, nice fight. Ja, sorry, sorry. Fuck this. You gone? Full? Ja, full. Sorry, too late. Ja, Team Noob kriegt's wieder nie hin, ey. Let's go! Double kill, mehr als du, lass ich in Ruhe. I'm lagged, oh mein Gott. Outside Loader. Ich bin runtergefallen. Already outside? We stand in, at the door. Throwing Flash Bay. Wait on, wait, wait. Wait on, wait, wait. Lass mich da mal ne Kippe mal. Ich bin danke für einen Aufmerksamkeit. Ich weiß genau, das ist wirklich ein HitschANE. Ich hab auch schon gefallen, oder? Wie? aber mit gegen kollega haben wir schon mal gespielt das kann doch nicht sein und das sind ja 5 freemates haben wir für uns gesorgt das ist das 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 Ich hab schon mal, Matja. Ja. 5 Wounds, oder 6. Na gut. Komm an. Wann ruf? Aber du bist alle tot, oder? Na ja. Oh, der lag ein bisschen, kann das sein? Oh, ein bisschen? Oh my god, fuck. Do you like him much, mate? W-what I like? Ja. Ja. Ja, ich bin lag. Ich bin lag. Ja, ich bin lag. Von, outside, main. Sauber. Oh. Krass, da lag der übel, ey. Was? Was? So ein Wichser. Da lag der noch. Legt mir auch. Das ist eine schlechte Buche. Ich weiß nicht, von wo er geschossen hat. Ich bin lag. Ich bin lag. ist es safe oder go? oh, let's go da geht main rein one down dort direkt vor der unteren Tür down immer direkt 25 hp 27 ja ja Terrorists win ja 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 하겠습니다 Oh, das ist ein Neukau, der hübsch. Oh, das ist ein Neukau. Oh, das ist ein Neukau. Auf das Dach. Da hinten auf dem Dach, oder? Ich weiß nicht wo er ist, ich seh ihn nicht mehr, er ist sauber Er ist nicht drauf Äh, sorry, sorry, er war's Äh, wenn? Ich denke, oh? Er ist auf CT, CT Sorry guys, er war's Okay, er ist okay Ist nie okay, nicht okay, okay Er ist smurfing, oder? Du hast nur 100 Haars für mich Er ist smurfing, aber der gleiche Weng Okay Du hast 3 Mape? Ja Er ist die gleiche Hex Ich bin das Soda hier Das habe ich nicht verstanden Und was wollte er jetzt wissen? Äh, ob du wirklich Äh, ob du wirklich smurf bist, oder ob das dein normaler Account ist Achso Ich habe gesagt, du smurfst Smurf Aber auf dem selben Level, fast Flaschbang Flaschbang Mann, ne du F***er, alter Und was wollte er? Was wollte er wann? Ich hab wieder aus dem Van draus gerade hin Also Ja Ja Aber dann sind die so geduldig, ne Dass die Die ganze Zeit in dem Van Hocken bleiben Auch wenn dann die Endkill abkriegt Das ist mir egal, aber ich wusste, dass der Schalter wieder rausgekrochen kommt Hier ist der Smurfing Huh? Yellow ist der Smurfing Ja, wir wissen, ob Yellow ist smurfing Ja 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 Wie ist der Smurf? Für den Prevent? Nein 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 Nur zwei Prevent Ok Flaschbang Flaschbang Konecztor Ja Ja Warte, Konecztor Ja Ja Und noch ein T-Hirt, glaube ich. Komm, guys. Ich habe einen T-Hirt mit dem T-Hirt. Oh, jetzt hätte er mich fast gekillt. Und der Weg von der Armbrände schaut mich aus, wenn es rauskrabbeln. Nice try, hello, I have 3 HP left. Ich hätte mich... Ah, wie alt Globel. Oh, sorry, 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 sorry. Wait, go down, go down. I'm gonna blow the door, man. Oh, okay, one lead. Okay, noch turn. Come on. Uh, one door door in front, going out. Achter davon, hä? Wiegst du? Er hat kaum nach innen nachgeladen. Na, ich hab wohl keinen anderen gesehen. Der Elb ist aber klar, war an der oberen Tür gestorben. Okay. Elb am Office. Das ist doch genial aus, wenn du hinziehst und einfach mal in die andere Richtung fliegt. Soll ich da was legen? Ja. Ach so, drauf genug. Ups. Bucket time. Oh, fuck. Oh man, egal. Haha, guck dir mal, denkst du dir an. Was ich schon an, guck? Der Klobby? Der spielt mit dem Wasser. Hu, gut. Ach so, gut. Der Klobby, Asper. Wissen Sie? Und ich krieg dann auf YouTube wieder eine Meldung, dass jemand anders die Werbung für das Video angemeldet hat. Wegen Ohrreberrech. Das war bis jetzt bei jedem Video. Nice. Okay, malo. Okay, malo. wo steht denn da? ich weiß es nicht, vielleicht ist Monika, warte mal eine Monika ist da ich habe, ja hey, wo sind denn da immer? oh, ich miss es fuck, sorry hä, wo ist denn der? was ist das? hast du, hast du den Kunden gefunden, der mich erschossen hat? ja, wo? ja, grazie ja, ok ду, ich habe ja kurz draw dom schluss gut tun, voyez schluss 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 schlüss schluss skluss schluss Auf jeden Fall hängt der irgendwo unter der Tür rum, wie der könnte. Nooo! Keine Ahnung! Ist der Connector, würdest du das behaupten? Äh, am Gabelstapler. Ach, jetzt hat er nämlich gesehen, siehst du? Nein, war ein anderer. Nein, nein, den will ich nicht. One lower office, one wet box. Nein, wie klar! Unteroffice ist... ...NHP. Kommt, das schaffst du! Du hast Geld! Versuch! Let's go! Let's go! Let's go! Geh vorne raus, geht schnapper! Geister ist unten! Der war red box, oder? Was? Nein, ich weiß nicht. Let's go! What box? Fuckin' go! What the fuck? Fuckin' go! I get kicked, man! He's spawn, what the fuck? Fuckin' go! No time! Just kick him, guys! What the fuck? It's 1F3, later! Fuckin' asshole! Fuckin' jute, alter! Fuckin' wussy and pussy! We play like shit, man! Äh, halt die Fresse, du futze, alter! Ja, komm her, man! Äh, halt die Schnauze! Drecksvie- Say it one more time, man! Purple! Purple, drop this last round! Purple, drop me, please! Say it one more time! Please, man! Say it, say it, say it! Shut up, play, guys! We put yellow for briefing! Report yellow for briefing! Oh, folks! There's gotta go! Do you have to go on, brother? I don't know where I'm going. We'll see but we're going to get this one. We have to find an eye on, and get this one. Ich bin einfach normal, ich kann es gewinnen. No, we start to throw, man. Stop throw. Das ist leicht. Wir töten sie und gehen nach Hause. Just play, guys, stop. Ja, ja, okay. Why do you shoot me? Come on. You are warning me to shoot. Geil. Pass auf, bis dahin. You are kicking me while he is f***ing because he is. Stop flame and play f***ing. No, guys, shut up. Guys, I tell you, we kill them all. There are two out there, yes? Operator. No, wait, I'm not afraid to work. No, wait, I'm not afraid to go. No, wait, I'm not afraid to go. No. Ach, you were already dead? No. I'm still alive. I have to put my microphone on when I say that I'm still alive. Yes, but you were already dead when I said that. You were already dead when I said that there were two men. No, no. No, no, no one of them has shot me. Ach so. The yellow is a bit pissed or something? No, yes. I am muted him. I don't know if he is yet. I don't know if he is still alive. No, I'm still alive. I'm still alive. I have to get up first of all from the misuse. Oh, yes, sure. Obere Tür Lass die Hit haben Untere Tür, rechte Seite Ich den einfach nie treffe, den Wichser? Er hat nur so eine schicke USP mit so einem Drachen Also mit dem Totenschädel hier Oh, irgendwie habe ich eine Strecke auf der Maus Wieso? 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 Oh, sehr schön Ich bin noch gar nicht weg, ich bin schon losgegangen, ich bin schon zwei weg Sehr schön, das passt 1 Bridge, 1 Roof und 2 1 1 Main, rechts 1 Main, rechts 1 Main, rechts 1 Main, rechts Hältt der eigentlich anzuschießen du Eimer нуle war auch schon Ach der. Gäll ist aufs Dach gegangen Himm classification Sse Dort Sind ja gleich drei rumgeschleppte hehehe Ist auch wohl Wenn alle rausgehen, darfst du dann gehen. Kannst du euch nur einen oder zwei mitnehmen? Und das war's dann aber. Oh komm wieder rein, Main is down. Ich steh bloß an der Tür. Alter! Oh, wie viel Munition hat denn der? Ja! Der Ball war fertig. Du vier. One upper door. Operateur drin. Main. Oh, scheiße! Wo waren die? Uh, Connector. Ach so, scheiße. Booty, du kannst mich nicht kippen. Stupid asshole. Hast du den nicht gemütet? Play, guys. Just play. Just play. Sind beide ein bisschen schlecht? Ne, bloß ich. Scheiße. Wir sind doch mal getauscht. Wird ich mal schlecht. Ich bin echt nicht gemütet. Du kannst mich nicht näher machen. Du kannst mich nicht mehr machen. Ich bin nicht gemütet. Ich bin nicht gemütet. Ich bin nicht gemütet. Ich bin nicht gemütet. Ach, das ist bloß der Innenlader hoch. Ich weiß gar nicht, wie ich jemanden killen soll, wenn ich ihn sehe. Der Innen, wo die Waffe rausgeguckt hat, den hast du erschossen. Das sind Kunden. Der Innenlader holt rum, weil der andere eine Auto nutzt. Dann nutzt der andere eine Auto, weil der Innenlader genutzt hat. So, und jetzt haben wir unsere Bilder rum, weil sie alles ausnutzen. Hauptsache sind wir sich einig. Das sind Kunden, ey. Wer schießt denn, du? Ist der da ganz warm, du Junge? Nö, ich meine den, der versucht mich zu tönen. Ich bin da und wo denn? Main, ein Office! War ein Office! Main! Office und Main! Wie ist er? Land! Und den hat er wie aufgemacht? Ich weiß nicht. Musst du mal Runde 2 und zwar anschmerken. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es einen Trick, den leise aufzumachen. Nein, sie sind zu zweit. Nein, sie sind zu zweit. Ah, mein Gott. Ah, mein Gott. Der stoppt gleich. Yellow watch, double dose. Queen watching Main. One is Main. Good job. Nice. I go vent. Hast nichts gesagt. I go vent. Where are you gonna vent? Diesmal nicht, Alter. Dieser Wichser. Diesmal hole ich ihn mir. Wenn der schon tot ist. Wie soll ich mir denn holen? Wenn der schon tot ist. Wie soll ich mir denn holen, wenn der schon tot ist? nicht, ich bin froh, ich bin erschrocken, weil der runter kam. Oh ja, ich bin doch über etwas erschrocken. Was sind wir denn? Was sind wir denn da? Was ist denn da? Ich bin doch nicht sicher, wer zuerst. Ich bin doch nicht mehr so erschrocken, weil der runter kam. Nein, er war doch oben da. Ich hab nur alles nach dem gedrückt. Reicht. Kill ist kill. Oh, so ein Wichser. One vent. Nee, das ist wieder raus. Krass, Alter, haben die uns gerade weggetagert? Alter, be careful. Die haben uns gerade niedergetagert. Alter, haben wir dir zurückgetagert? Oh, Leute, pick her. Just camp the hostages. Ja, just camp. Don't block you, don't block. My sight, don't block you fucking smoke. Die haben wir eine Redbox von woanders? Hm, über die lange Seite. Deswegen steh ich auch noch hier oben. Steht orange im Office? Ja. 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 Man, steps. Finger smoked. Pull through. Oh my god, come on guys. Pull through, don't hurt. Oh my god. One echo, one echo. Death walls have nothing. Geträumt, oder was? Na ja. Die hat's ja eh gemacht. Die hat's ja eh gemacht. Die hat's ja eh gemacht. Das ist eigentlich übelst fehl, ne? Die haben nur Autos. Es ist Eko, warum du playing full jälo? Aber du. Wo hat denn der mich jetzt gesehen? Grün versucht aufs Dach zu kommen. Ich versuche den Kild zu holen, bevor die die Geistigkeit kriegen. Oder eine Waffe vielleicht. Was? Safety oute! Safety oute! Machst du jetzt einen Jens, alter? Wolltest du jetzt wirklich einen Jens machen? Ja! Okay. Okay, thanks. Hat doch funktioniert! Ja, fast in die Hose gegangen. Come on, Vend. Oops, sorry, sorry. Nice. Down doors, guys, down doors. One roof. Vend. One inside vent, six HP. Going office. Okay, what are you doing? I'll toss that, Emlish. Load loss. Oh my God, you are playing like a bot. One on one, me bitch. Come on, one on the best one after this game, okay? Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. We must win. Die Türken machen uns den zweiten Neues fertig, ne? Das schaffen wir nie. Ne, das schaffen wir auch nie. Oh, gelb hat ich eng geholt. Lol, bei dem Kollegen bewegen sich die Sterne, wenn der läuft. Er hat auch so ein Skript. Oh, gelb hat. Oh, alteni. Da. one. Dann. 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 Ich bin im Band, Office Seite. Ja, ja, ja. Soll, ne, der war doch bei mir. Terrorist's Wind. Take it, please. Oh, 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 oh. Fine. Can you interrupt me? Frank. Let's go, let's go. Let's throw in a grenade. Yellow bomb, BIF. Mmm. Yep. seine Geräuschkulisse, Alter, die war überhaupt nicht schick. Oh, jetzt steht es gar ein heller Ort. Äh, ja, Fiesler. Erinnern wir auf jeden Fall, untere Tür. Untere Tür. Kamera Tür. Das war's. Ich würde sagen, 13-16 gegen ein Vollclown passt eigentlich, oder? Oh, ja. Bei allem, weil wir die zwei Vollidioten im Team hatten. Ueli, Yellow, You Eagle, You Nup. Oh mein Gott. Ja, kein Lecker, Alter. Das ist die übelste Wurf, der könnte. Aber easy schreiben. Das sind die Besten. Oh, nee. Sein Team wird ja nie im Leben in dem Rang. Krass, das war ein Abwängenspiel für irgendwen, ne? Für dich, Bane. Nee, ich hatte da erst Abwäng, oder? Achso. Ich weiß nicht. Na, Autor für irgendjemanden. Für uns hat Igel. So ein Low Bob, Alter. Das war jetzt ein bisschen... Ja, war ein bisschen sehr Low. Was der da abgezogen hat. Weil der immer mit seinem Ends, 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 Alter. Ich weiß nicht, ob er mich nicht kippt hat. Er hat einen nicht gepasst, dass er immer besser ist als der. Der ist bestimmt übelst angepisset jetzt. Ein Gollend, ein... MG2. Wer küllst viel mehr Kills als der? Aber diesmal hattest du kein Bock, okay? Jetzt haben wir Rollen getauscht. No, no. Immer abwechseln. Wenn wir beide Camperkampf haben, wird weiss. Deswegen wechseln wir uns immer ab. Ich hab die auf der, auf der, wo wir CT waren, ich hab die immer nicht gesehen. Ich auch nicht. Ach, es ist eine Runde 22. Ja. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie der das gemacht hat. Wo die überhaupt reingekommen sind, ne? Der war auch immer da. Na, nur? Und zwei sind Main unten rein. Das hab ich gesehen. Weißt du, wer das war? Nein, ne? Nein. Aber weißt du, was mein Problem ist? Das fällt mir, das fällt mir, also Stück für Stück immer mehr auf. Auf dem Smurf ist es mir egal, wie meine Stats sind. Und da mache ich die übelsten Kills. Auf dem Main bin ich so angestrengt, dass ich die Meisters gar nicht sehe oder treffe. Angestrengt. Das wird so angestrengt, wenn du die ganze Zeit rumbrüllst. Nun, Schieber, all den Schieber. Ne? Das ist auf dem Main weniger. Das ist dein Grund. Ja, ne? Grundkollegger ansehen. Dem brauchst du nicht angucken. Ich kann mir einfach Runde 22 anschauen, Mann. Ach so. Oh, stopp. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind, ey. Entschuldigung. So, ich... Ne, ich fliege einfach mal rum. Ich gucke erstmal, wo sie überhaupt herkommen. Also, wo die überhaupt lang machen. Ach, wer auch immer rausgetackert hat, hat jemand... Hat zwei getroffen. Die haben eine Full-Eco gemacht in der Runde, ne? Einer kommt durch den Vent. Welche ist denn das? So, lecker. Ja, der uns gekillt hat. Oder mich zumindest. So, lecker. Oh, der ist vorne raus. Und den hat keiner... Den hat keiner gesehen, Alter. Oh, nee. Der war eigentlich noch vor übelstem Timing, na? Du drehst dich zur Wand und der läuft lang. Hm? Oh, lol, Alter. Das ist so fail, eigentlich. Das ist so mega fail. So, und da haben die uns alle geholt. So, jetzt brauchst du weg. Ne, vor allem, hätte ich gewusst, dass der gleich dort stehen bleibt, ey. Weil ich hab ihn ja fast getötet. Ah, das ist... Mit uns gespielt. Die haben zusammengespielt, ja? Aber... Aber die anderen drei haben die komplett ignoriert. Der Moral ist mir bestimmt immer froh, dass er immer die Waffen gehört hat, die er wohl besinkt wollte. Nö. Oh, ist der Kollege echt durch die Halle gerannt, Alter. Scheiße. Krass. Aber so gut ist der Niemals. Der wäre niemals in dem Rang. Mit dem Ganzen, ohne dem Fullteam. Nö, na aber nie. So, das war jetzt mal ein anstrengendes Spiel. Ja, das war jetzt mal ein anstrengendes Spiel. Ja, das war jetzt mal ein anstrengendes Spiel. Ach, siehste, ey, wir können das dann noch viel schlauer machen mit der Assault-Gruppe. Du kannst dann nach der Runde aufs Steam-Profil gehen und die einladen. Oh. Aber wen wirst du einladen? Mit dem Muras hab ich jetzt gerade eingeladen. Oh. Zum Beispiel. Und den gelben, den lade ich auch ein. Mit dem spielen wir so gern. Also, ne. Und den gelben, den gelben, den gelben. So, ich muss mal schnell weitermassen. Hm, hm. Und den gelben, den gelben, den gelben, den gelben. Und den gelben, den gelben, den gelben. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das denn, Pingo? Was ist das denn? Was ist das denn, Pingo? 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 Pingo, 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 Pino, Porters關i, P existential h pins seglig Vielen Dank. 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 Well... ... 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 Also ich weiß gar nicht wo ich mich hier verstecken soll. Überall sehen die mich die Bixer. Aber die anderen zwei, der Recon und dieser Big Cat, die spielen viel zu aggressiv. Ja und die anderen, das war vorhin wahrscheinlich übel verlag. Aber die haben auch nicht gesehen, dass ich durch den Wald gekommen bin. Und noch eine Tür drin. Loro-Tour inside Monika, going to Loro-Tour. Oh krass, ich dachte an den SID-Gamer. Wo war'n der? No! Lifter, andere Lifter, war'n andere Lifter. Last Lifter, inside. Oh, den hat aber keiner gesehen! Lol? Ach so, stand der noch? Ja! Jetzt wird's doch ruhig getaget. Ich weiß, ich hab' noch nicht getaget, aber ich tue's jetzt. Undere Tür drinnen. Ich hab' ihn verfehlt. Ich hab' ihn verfehlt. Scheiße! Ich hab' den Kunden zweimal verfehlt. Soll ich dir was legen? Äh, 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 ja. Ja, wir warten! Na, leg' ne! Auf oder so! Ich hab' ihn verfehlt! Gegner-Team hat er noch ne Wormkurt, Stat-Trek. Ich habe den Weg geholfen. Ich habe den Weg geholfen. Ich habe den Weg geholfen. Auf der Tür. Oh, geiler, grün, Alter. Operatör. Drinnen, oder? Ach nee, da, leider, oder? photographers. Operatör. 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 Mann, Office. Yellow. Na dann. Und? Bei mir? Haben, haben, haben. Ja, Mann. Ich habe nie daneben geschossen. Das sah bloß so aus, ne? Lass dich davon nicht täuschen, dass da mein Name nicht oben stand. Ich stelle du das. Ach, das war dein Geonazist. Das Spiel hat das noch falsch angezeigt. Genau, weil das ist so low tick, weißt du? Deswegen ist das, äh, nicht angekommen. Ja. Äh, Entschuldigung? Operateur. Drin. Schenkze. Einer davor auf jeden Fall. Und wie hier einer einen Wallhack anhat, Alter. Hallo, was war denn da da? Hey, was? Hm, das ist egal. Ich dachte gerade irgend einer hämmert hier vom Main auf mich. Nee, ich habe auch mit einem Ton. Ach so, oh, krass. Licht, Sonne, wah. Egalhaft, oder? Boah, das ist das Widerlich, ey. Alter! Wann? Ich hör immer nicht. Oh, wend, 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 wend. Ich hole immer so lag. Oh, füß. Smoke. Wirklich, wessen intelligente Smoke warfen das jetzt, ey. Boah. Really nice smoke. Ja, muss ich denn da ne Chance geben, reinzukommen? Dann schmeiß da noch ein Molo rein, ey. Oh, das ist... Oh, das ist... Ich hole immer noch mal. Hallo. Oh, keine Mutti mehr. Hi Florian. Oh, es wird die Mutti von der Untertage ausgegangen. Oh, nein. Oh, nein. So. Grün hat wieder das falsche Fenster. Wollte gerade sagen, eher nach oben. Wollte gerade sagen, eher nach oben. Wollte gerade sagen, eher nach oben. Oh, nach oben. Lauf da. Manigar, manigar. Wollte mal her, Junge. Wollte mal her, Junge. Wollte mal her, Junge. Ach, Dur, Dur. Noch Raumschluss auf uns im Messer? Scheiße, was ist denn das, diese Scheiß? Geh weg, du stinkst. Ich seh nicht. Haben wir gewonnen? Ja. Ist denn die jetzt so hell? Boah. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler oder so. Aber ich glaub, die ist immer so hell. Ach, das halte ich über überstes Gerücht. Die ist kaputt. Brennt bestimmt. Hat intern die Börder ausgetauscht. One door, door, outside. Pass auf, der hat einen M4. Weiß nicht von wem. Müll. Angst. Das ist mich immer juckt, wenn ich eine Lede irgendwann an der Ecke hänge. Standortverfahrensweise. Na komm, ihr habt es nicht doch gesehen. Ey, man muss es immer probieren. Wollt's denn die erschießen? Nein, nein, nein. Ganz in Ordnung, ich hab's ja alles richtig gemacht. Aber da muss ich so hinziehen, muss ich ja weg so her. Vielleicht hatte ich da vom Dach schon gesehen, weil da ist er noch mal gucken gekommen. Oh, stimmt. Full Echo. Warte, warte, warte. Und dann bin ich wieder warte. Und dann bin ich wieder warte. das ist eine dumm das es ist das wundern die 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 Ich bin der Russland. Es gibt noch zwei, zwei. Wir sind links und rechts. Dann ist er auf. 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 Ich hab noch einen erwischt. Einen hab schon mitgenommen. Genau in die falsche Richtung guckt beim Runterspringen. Auf. 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 Und please Orange, don't shoot the first window, ok? Main. Rush Main. Auf. 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 Ich habe ihn gefunden. Naja, das bin ich nicht, der Geiselkohle. Naja, das bin ich nicht, der Geiselkohle. Oh, was denn Jens, Alter? Kann der eigentlich nur mehr mit der Knoche rumspielen? Ja, der Jens kann doch. Ja, das ist mir schon da. Ja, der Jens kann doch nicht mehr mit der Knoche rumspielen. Ja, der Jens kann doch nicht mehr mit der Knoche rumspielen. Ja, der Jens kann doch nicht mehr mit der Knoche rumspielen. Naja, der Jens kann doch nicht mehr mit der Knoche rumspielen. Redbox, hit! Oben oder unten? Unten. Hopp! Dann waren dort aber drei. LOL Ach, das ist der 5-7? Hier liegt einer. Ich hab einer. Achso. 5-7 5-7 Oh, scheiße! Die sind gewacht, die Weckler. Ja. Hör uns. Ich habe noch keine Ahnung, wo der Weckler ist. Meine Auto weg hier vorne. Ja. Da. Da. Ja. Ja. Ja, da musst du mal springen oder mal ducken. Willst du das Auto wieder haben? Nee, bald ruhig. Dann werden wir eine neue. Hahaha. Da hast du ja wieder keine Rüstung, oder? Was? Hat sie denn die bloß 5.800? Hallo? Die kostet aber 5.000. Da hast sie ja keinen Helm. Ja. Ja. Da. 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 Die Waffe liegt hoffentlich oben. Feuer. Da. 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 Man, steppt er immer rum und wartet auf mich. Seht ich irgendwo eine Waffe? Hinten. Hab einer. Oh Gott. Einer Wettbox, hat er gesagt. Weiß nicht, aber einer wollten wir gerade in die Füße schießen und nicht, dass er wusste, wo ich bin. Hinten. Einer geht zum Money Car, glaube ich. Ah, Folklift 1. Connector, das ist der Folklift, glaube ich. Das muss jetzt sein, ne? Das muss jetzt sein. Wieso kriege ich nie was? Wirklich? Du musst doch schreiben, weil der Kultquorm easy geschrieben hat. Wirklich? DMG ist gerade mal 1 und Plus? Selbst ich habe auch 4 und Plus. Ja, NoWheelgame ist richtig, Junge. Wann doch bestimmt vor seinem Klankollegen eingeben. Guck mal, booste dich mal ein bisschen. Lass mal in der Map wie Assault spielen. Und dann kriegen wir auf die Presse. Wann doch noch meinst du, wenn du diese ganzen anderen? Hast du dir die Steps angeguckt von die anderen? Ist das nicht genauso mies? Das ist so typisch, ich hasse dieses Gebooste. Dass das Ring-Tainter gar nicht ist, außer dass sie dann auf die Mappe kriegen. Weil die dürfen nicht vergessen, dass in dem Spiel gibt es mehr Smurfs als alles andere. Also manchmal ist es echt Sinn, dass wenn die diesen Scheiß veranstalten. Ja, aber der Sneaky, würde ich behaupten, kannte auf jeden Fall die Map. Ja, die kannte noch die Map. Aber... Was ist denn los? ... So, das war das für dieses Film. Ich würde sagen, wie üblich, ein bisschen ab und ein bisschen zu fahren.